Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin. Ich habe hier gerade eine Meinung gefunden. Das muss nicht Ihre sein, das muss nicht meine sein. Es ist die Meinung von Professor Dr. Knut Löschke. Und der ist, glaube ich, Experte im Sachverständigenrat für KI der Bundesregierung oder so. Also Professor Dr. Knut Löschke können Sie da suchen unter bundestag.de, da werden Sie ihn finden. Und der hat jetzt einen Facebook-Kommentar angeblich verfasst, in dem folgendes steht. Wie gesagt, nicht meine Meinung, nicht Ihre Meinung, seine Meinung, eine Meinung von vielen. In Deutschland gilt Meinungsfreiheit und darf man seine Meinung sagen. Und darüber kann man auch diskutieren. Das geht dann aber nicht so, dass man sagt, das ist ja ein Do war. Darüber diskutiere ich nicht, sondern man hört sich das bis zu Ende an. Und dann nimmt man dazu Stellung, was man davon hält. Und zwar nicht zur Person Löschke, sondern zu dem, was er gesagt hat. Das wäre eine Debatte zum Thema. Und das stelle ich jetzt einfach mal zur Debatte. Diesen Kommentar von Professor Dr. Knut Löschke. Ich habe es satt, oder um es noch klarer auszudrücken, ich habe die Schnauze voll vom permanenten und immer religiöser werdenden Klimageschwafel. Von Energiewende-Fantasien, von Elektroauto-Anbetungen, von Gruselgeschichten über Weltuntergangsszenarien, von Corona über Feuersbrünste bis Wetterkatastrophen. Ich kann diese Leute nicht mehr ertragen, die das täglich in Mikrofone und Kameras schreien oder in Zeitungen drucken. Ich leide, darunter miterleben zu müssen, wie aus der Naturwissenschaft eine Hure der Politik gemacht wird. Ich habe es satt, mir von missbrauchten, pubertierenden Kindern vorschreiben zu lassen, wofür ich mich zu schämen habe. Ich habe es satt, mir von irgendwelchen Gestörten erklären zu lassen, dass ich Schuld habe an allem und an jedem, vor allem aber als Deutscher für das frühere, heutige und zukünftige Elend der ganzen Welt. Ich habe es satt, dass mir religiöse und sexuelle Minderheiten, die ihre wohlverbrieften Minderheitenrechte, mit pausenloser medialer Unterstützung schamlos ausnutzen, vorschreiben wollen, was ich tun und sagen darf und was nicht. Ich habe es satt, wenn völlig übergeschnappte meine deutsche Muttersprache verhunzen und mir Glauben beibringen zu müssen, wie ich Mainstream gerecht zu schreiben und zu sprechen habe. Ich habe es satt, mitzuerleben, wie völlig Ungebildete, die in ihrem Leben nichts weiter geleistet haben, als das Tragen einer fremden Aktentasche glauben, Deutschland regieren zu können. Ich kann es nicht mehr ertragen, wenn unter dem Vorwand einer bunten Gesellschaft Recht und Sicherheit dahin schwinden und man abends aus dem Hauptbahnhof kommend über Dreck, Schmutz, Obdachlose, Drogensüchtige und Beschaffungskriminelle steigen muss, vorbei an vollgekrakelten Wänden. Ich möchte, dass in meinem Land die Menschen gleich welchen Geschlechts, welcher Hautfarbe und gleich welcher Herkunft wertgeschätzt und unterstützt werden, die täglich mit ihrer fleißigen, produktiven und wertschöpfenden Arbeit den Reichtum der ganzen Gesellschaft hervorbringen. Die Mitarbeiter in den Unternehmen, die Handwerker, die Freiberufler, die vielen engagierten und sozial handelnden Unternehmer der kleinen und mittelständischen Wirtschaft. Ich möchte, dass die Lehrer unserer Kinder, die Ärzte und Pflege unserer Kranken und Hilfsbedürftigen die Anerkennung, die Wertschätzung und die Unterstützung erhalten, die sie täglich verdienen. Ich möchte, dass sich die Jungen und Ungestüm in den wohlgesetzten Grenzen unseres Rechtsraumes austoben, aber sich auch vor ihren Eltern und Großeltern, vor den Alten und Erfahrenen verneigen, weil sie die Erschaffer ihres Wohlstandes und ihrer Freiheit sind. Ende. Guter Kommentar oder nicht? Hat er irgendwas Falsches gesagt? Hat er irgendetwas gesagt, was man nicht sagen darf? Hat er irgendetwas gesagt, was gegen Recht und Ordnung verstößt? Hat er die Grenzen des Geschmacks überschritten? Ist er jetzt ein Holocaust-Leugner, weil er etwas gesagt hat, was ihn nicht gewählt? Dann ist ja alles gut. Schönen Tag noch.